Jo, hier ist nochmal die Müritz. Ausläufer. In Vipero. Vipero, Lüttl, Co und Vipero. So ist das, Freunde. Geht das hier, oder geht das nicht? Das sagt hier gleich das Licht. Jo, Blitze voraus. Hm. Nun ja. Auf jeden Fall hat sich das gelohnt. Der Besuch von diesem Luftfahrtmuseum in Rechlin. Das Wetter ist auch toll. Jetzt ist es schön warm, ich musste sogar was ausziehen. Ich hatte mich natürlich ein bisschen wärmer angezogen. Weil ich ja heute Morgen um 7.30 Uhr unterwegs war schon. Und da war es arschkalt. Jetzt nicht mehr, jetzt sind 20 Grad. Aber heute Morgen... Da hast du ja ein schön kaltes Fies. Dann habe ich ja zwei Paar Socken an. Also einmal... Kniestrümpfe hohe und einmal normale Strümpfe. Ja, sonst... Das wäre sonst zu kalt gewesen. Na gut. Na gut. Das war's. Da war's. Das war's. Wir haben uns nicht nur kurz vor, was ich da rauskriege. Was ich wollte? Untertitelung des ZDF für funk, 2017